Hi, mein Name ist Matthias Rauch. Ich bin Zauberkünstler und moderiere zurzeit die Show Rauchzeichen im Paläop noch bis zum 26. März und ich habe festgestellt, als Zauberer werden mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Ja, so viele Fragen, also zwei Stückchen zum Beispiel, kannst du davon leben und was machst du tagsüber? Und ich dachte mir, hey komm, ich beantworte Ihnen und Euch heute mal diese Frage anhand eines kleinen Beispieles und zwar brauche ich dafür ein Stückchen Papier, ein besonderes Stückchen Papier und wenn Sie jetzt mal ganz genau hingucken, können Sie erkennen, es ist in der Tat ein Stückchen Papier. Und jetzt achten Sie genau darauf, dass meine Daumen die Hände nicht mehr verlassen. Tada! Und dieser Schein ist die Antwort. Ja, ich kann davon leben, denn das mache ich tagsüber. Dies ist die Antwort. Ja, jetzt muss ich ganz gut zusammen. Jetzt ist es ein Teilbarer, dass mein Daumen ist, wobei das Ganze so gut gemacht werden. Ja, ich bin ja das in der Tat. Ja, ich bin ja auch schon mal, dass mein Kindes Und ich bin ja auch, dass wir kurz. Ja, ich bin ja auch schon mal da das. Das sollte auf dich. Ja. Und ich bin ja auch ganz gut. Nun, ich bin ja auch noch da. Und ich habe das, was ich zwar auch über die und ich bin ja auch klar, dass ich mich sehr, das ist ja auch.